hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren skywars video und heute spielen wir mal auf dem alten busy server aka jetzt mclabs glaube ich und zwar skywars ich meine das war doch ganz lustig oder was war das das war doch cool da kommt man so coole mlgs und sowas machen enthaken ich habe irgendwie angst dass ich mich mit dem ente packen selber kill aber ich nehme es einfach mal das ist so eine art wie auf gommel fun skywars nur ist es hier fanniger mom weh also es macht ja mehr spaß aka und es gibt ja es ist ein bisschen anders ich habe tatsächlich keine rüstung gibt es bitte irgendwo noch eine kiste das könnt ihr mir doch nicht erzählen dass es hier eine kiste nur gibt ok warte ich versuche es mal kann ich mich da drüber angeln ja ich glaube ihr wisst jetzt was ich meine mit dem enthalten selber umbringen das war jetzt gar nicht so gut tatsächlich jetzt schön in die hose gehen warum ist da unten tnt bus aufgebaut ich will es gar nicht wissen perfekt nächste runde wieder mit dem enthalten geht am start ich habe mich gerade aber die map kenne ich noch vom busy server es ist ja eigentlich genau der gleiche server es ist ja der busy server einfach nur mit einem anderen namen gibt es immer noch diese achievements wenn man hier so sich irgendwo gegen hörl dass man dann so dass man so ein john cena macht oder sowas das gab es früher auf dem busy server aber das ist ja es ist eigentlich genau der gleiche server oder nicht egal der war der war so ein richtiger nebel nieg fern der hat dann so viel auch von nebel nieg übernommen okay warte ich will das gerne mal ausprobieren das ist doch nicht euer ernst oder ich probiere es also nun hätte ich auch noch meinen enter hagler ne komm joe gib gas alter easy was haben wir denn hier alles drin ne noch mehr tnt und eine hose ich wusste dass jemand ist ich wusste es was mache ich was habe ich jetzt was das denn oh ich hab gar nicht drauf geachtet weil das kit da man darf jedes kit dreimal testen bevor man sich kaufen kann also bevor man sich kaufen muss wohl eher und jetzt habe ich jetzt habe ich irgend so ein anderes random weil ich das enter hagler getestet habe äh lol das sind so vorgefertigte boosts hä moin kleiner boost großer boost xxl boost lol wie heißt wenn wir den xxl boost mal machen hätte ich irgendwie richtig lust drauf ja wie mache ich das jetzt einfach hier oh 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 ach nice ach das ist ein xxl boost es gibt doch noch größere das ist nicht dein ernst das ist nicht dein ernst Junge du bist so ein penner ne es hat doch geklappt nein auf den baum komm auf den baum Junge ich hab's geschafft what ach ja ein anderes kit äh was nehmen wir denn mal tank oder instabridge john cena ja komm wir nehmen wir sind mal john cena was macht die john cena perle kann die einen teleportiert die einen instant zum john cena hin oder wie äh dass die instant einen gegner trifft fände ich cool ich frage mich warum es ein schneeball ist tatsächlich aber das werden wir ja herausfinden alles noch ist denn jemand den ich john cena kann ich glaube nicht deswegen mache ich jetzt mal ein tnp ohne wasser einmal und ohne kopf auch cool oder ich mache einfach schnell hier und ich mache einfach schnell hier und ich mache einfach schnell hier und ich mache einfach schnell hier wow das war ja richtig gut er hat sich savet noch nicht ganz aber er savet sich gerade er ist tot ich habe jetzt nicht oha wer ist er denn junge das war ein mieser moment für ihn oh danke ja hä ist der letzte runtergeflogen oder war das der letzte nee das Sprengmeister ja komm Sprengmeister das hört sich gut an oh c4 oh ein zünder oh das ist lustig das wird auch lustig denke ich mal was bringt mir das c4 kann ich das jetzt hier irgendwie so bloß 1 c4 platziert oder das habe ich tatsächlich wahrscheinlich stimmt ich muss das ja gar nicht zünden da steht ja das es hat es hat schon einen zünder anscheinend mache ich da jetzt irgendwie etwas oh lol ok das ist nice die rüdiger ach das war der Typ von gerade ach moin kann ich jetzt irgendwie hier runtergeschicken ich glaube nicht nee das sind wir direkt hier oben tatsächlich das ist ein bisschen doof oh mein Gott er hat er hat safe könnte ich jetzt nicht einfach so ein TNT-Bus nach unten machen joo das wäre richtig gut glaube ich er hat sich weggebrochen nö auch nö ach das ist doch nicht dein Ernst ach nö er weiß dass ich gut bin anscheinend das mit dem Baum ist halt immer ein bisschen schwierig schwierig ok egal ich probier's nochmal das Instant TNT ist schon gut ne aber ich muss eher so hier hin und boom Junge ok jetzt verkacke ich jetzt verkacke ich war ein Prank verkack doch nicht ok jetzt aber ein TNT-Bus nach unten TNT-Bus nach unten komm ich schaff das ich schaff das ich schaff das guck mal ich platziere hier so und hier so TNT und jetzt springe ich einfach runter guck mal es hat mich perfekt nach unten geboostet Juhu das hat ich hab nicht mal Falschschauen bekommen hey das ist ja richtig gut so sind wir auch schon in der letzten Runde und zwar mit dem Kit Grabber das ist doch für heute die letzte Runde dann habe ich glaube ich genug aufgenommen können wir damit ein schönes Video zusammen schnippen äh zusammen schnippeln ja wir haben keine guten Schuhe tatsächlich äh keine gute Brust ja gut Schuhe haben wir auch keine guten aber die Brust ist gefährlicher beziehungsweise die fehlende Brust natürlich ok kann ich da rüber ja ich muss es probieren ok das ist glaube ich keine gute Idee da aber so und ja gut ich hab gar nichts zum MLG machen oh das ist nicht gut oh Gott das ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Grabber soll man andere Spieler hinziehen können hört sich interessant an ok jetzt habe ich was zum Emotion machen vielleicht sollte man das auch vorher checken so nur als Vorschlag ok jetzt aber jetzt geht's los jetzt habe ich kein TNT mehr Junge ich will jetzt irgendwas mit diesem komischen Grabber noch machen dann geht's los oh mein was wie weit fliegt der Typ denn ciao und 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 Bis zum nächsten Mal.